wenn so eine Scheiße der ist wirklich kaputt was vor dem Weg, was vor der Crip willst du richtig ehrlich kämpfen, Alter sitzt da nicht da mit einem Sniper ja, die wart bestimmt nicht am Fenster oder so, ne? ne, weil mir hat der auch nicht schießen können naja jetzt guck ich, ob der mich killt, ich hab das live auf Kamera ja, bringt dir viel ja, sind wir nicht bei uns? jo, I'm unconscious dreckiger Hurensohn, Alter so ne Bitch, Alter so ein kleines Kiddy der zu dumm ist einfach oh Mann, ist das ein Wichser, ey so, so macht er sie doch gar keinen Spaß zu hacken